In diesem Video siehst du, wie du beim Huawei Mate 20 Pro die Vodafone SIM-Karte einlegst. Den Kartensteckplatz findest du an der unteren Seite des Gehäuses. Nimm den Auswurfstift für SIM-Karten aus der Verpackung. Steck ihn in die kleine Öffnung im Kartenhalter. Drück jetzt leicht und die Halterung wird ausgeworfen. Nimm sie aus dem Steckplatz. Die Kartenhalterung hat hier Platz für deine Nano-SIM. Auf der Rückseite legst du deine Huawei-Speicherkarte ein. Leg die SIM-Karte so auf die Kartenhalterung. Die goldenen Kontakte zeigen zu dir und die abgeschrägte Ecke ist unten links. Schieb den Kartenträger jetzt zurück in den Steckplatz. Schalt dein Smartphone danach ein und entsperre die SIM-Karte mit der PIN. Und jetzt viel Spaß mit deinem Huawei Mate 20 Pro, dein Vodafone-Team.